hallo meine lieben und welcome back bei mir mein name ist steffi und ich bin unabhängige sensiberaterin wir sprechen über mein favoriten angebot vom verrückten donnerstag bin zwar ein bisschen spät aber ja ich nehme mir nie wieder was vor weil funktioniert eh nicht also wir haben wieder so geile schnäppchen drin es sind wieder säugel drin es sind wieder bars drin es ist die edgecore in rosé drin für 35 euro es ist auch wieder ein 10er pack drin mit bars für 42 euro aber mein ultimatives schätzchen daraus ist natürlich nicht nur dieses teil sondern natürlich dieses teil wir reden hier vom stag ist die fuße von diesem geilen teil der von 212 euro ich muss jetzt mal meine ringlicht ausmachen der von 212 euro auf 106 runter gesetzt ist also schaut euch dieses geil teilen also das licht was hier ist das ist mein fenster also ja das ist dieser 3d effekt der ist im glas drin und der lichtverlauf hier der bringt den dann sogar über also ich muss echt sagen das ist mit einer von den schönen schirmen wo wir haben und auch mit der teuerste also günstiger wird er nur wenn ihr eine party schmeißt und genug halbpreis bringen habt also für den wenn ihr jetzt zum beispiel eine party macht braucht ihr zwei halbe preise oder 3222 halbe preise ja es ist einfach der ist einfach mega geil ich habe wirklich aus wie ein feuerwerk also und da ist jeder ein unikat also jeder schaut vom feuerwerk anders aus ich komme gar nicht aus dem schwärmen raus also wirklich den habe ich jetzt oben vom büro runde geholt den schirm weil ich habe ja hier mich weihnachtlich eingerichtet ich habe ich zeige euch mal welche schirme ich drauf habe ich habe in der küche habe ich unseren aszent drauf das ist auch schön der hat irgendwie auch ein bisschen was von so einem giraffenmuster finde ich das lasse ich dir mal hier schnell stehen und dann habe ich nämlich den hier noch der ist metall das ist der frost den gibt es schon lange nicht mehr also jetzt nicht fragen wo er her kommt gibt es schon lange nicht mehr zeige ich euch den mal kurz also man sieht wie dick der hier oben am rand ist ist der hier auch und hier unten also innen drin ist es so silbrig der stargaze und das ist mein frost ich hatte auch mal den den crystallize aber ganz ehrlich der hat mir zu viel geglitzer ich mag zwar glitzer aber wenn ich das zeug dann anpack und ich habe es überall ich habe es dann an den händen an den klamotten in den haaren auf der brille im umkreis von meter deswegen ist das hier mein weihnachtsschirm liebling der steht bei mir im wohnzimmer ich glaube hier ist jetzt gerade eine katze hinter mir ja ich denke das wird hier so warm am rücken also der den finde ich ganz toll also ihr könnt ja auch der gefällt mir zum beispiel am besten mit dem türkis das ist das ist das meines ist das grün ja oder noch eins das ist schon wieder das weiß aber der schaut auch schön aus im weiß wir reden aber über den ihr habt ja auch immer immer das unterteil dabei bei dem ding für 106 euro bei dem angebot habt ihr auch das unterteil immer dabei also ihr könnt die farben drücken ihr könnt sie durchlaufen lassen ihr könnt auch wenn ihr einmal kurz drauf drückt lang drauf drücken nein heute noch nicht so genau dann ach ja sind die könnt ihn dimmen oder kerzen flackern machen oder ihr lasst ihn einfach wieder durchlaufen aber leute wirklich für dieses geld also für 106 euro ich würde nicht überlegen ich würde echt nicht überlegen weil der ist wirklich der schönste mit neben dem reflekt also der reflekt gefällt mir besser schon fast ein jahr doch er gefällt mir ein bisschen besser aber der kommt gleich geht noch auf meine seite www.blackheaven.sensee.de auf dem reiter unter kollektionen nein unter nicht unter kollektionen sondern unter sonderangebote steht dann drunter donnerstagsangebote und da ist der ganz unten also leute holt den euch er wird nicht billiger also ich bin jetzt seit februar 2019 und da ist der ganz unten bei sensi da war da wurde der noch nie noch nie also das gab es wirklich noch nie dass der so billig angeboten wurde und ich denke mal das wird auch dann demnächst lange 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 zeit nicht mehr so sein also flink auf meine homepage den in den warenkorb und wer sich dafür entscheidet denn die gibt es nur die angebote bis dienstag für die um 8 uhr 59 und wer sich entscheidet sich noch bis dahin dieses geile teilzuholen der darf sich dann von mir über was ganz schönes freuen aber das verrate ich nicht aber werden sich holt bekommen was wunderschönes von mir also in diesem zähne meine lieben wenn euch das video gefallen hat dass mir doch ein däumchen da oder ein abo oder beides ich freue mich riesig und dann noch einen schönen verschneiten sonntagnachmittag und macht's gut